Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer weiteren Folge in Shrouded. Meine Fackel ist gerade kaputt gegangen. Genau jetzt in dem Moment. Ja, willkommen zurück und ich wünsche euch schon mal vorab ein entspanntes und ruhiges Wochenende. Denn wir haben es jetzt gerade Donnerstagabend, irgendwie kurz nach 7, wo ich die Folge hier aufnehme. Die kommt morgen früh um 7 Uhr raus, also am Freitag. Und ja, Freitag hoch die Hände Wochenende. So, wir haben ein beschissenes Haus, könnte man sagen. Also die Bude hier, die sieht aus grauenhaft. Wir haben hier letztens irgendwann angefangen rumzubauen und das war auch alles irgendwie gut gedacht, aber nicht gut gemacht. Und ich habe jetzt lange überlegt und habe mich dazu entschieden, halt hier mal, wie soll man sagen, ein Klarschiff zu machen, ja. Ich räume jetzt mal gerade die Sachen hier noch ein, was wir hier so haben. Da Kohle, ich weiß nicht, ob hier noch was reinpasst. Wollen wir das? Kohle, die kommt ja eigentlich. Wir hatten den Schmied schon hierhin umgezogen, ne. Den hatten wir schon da hingepackt. Passt das noch da rein? Ne, ne. Das passt noch, das passt noch. Okay. So, wir haben den Bauhammer in der Tasche. Was haben wir denn hier für, das sind Knochenblöcke, epische Knochenblöcke. Sieht ja eigentlich ganz cool aus, ne. Äh, das hier sind Steinblöcke. Davon haben wir hier relativ viele. Ähm, man bekommt später auch noch mehr andere Materialien. Äh, aber wird halt noch ein bisschen dauern. Äh, was haben wir denn hier auf der, wieso haben wir denn da auf der 1? Der steht auch schon da. Jetzt haben wir ihn da hingestellt. Okay. Interessant. Äh, so. Pass auf. Wir ruppen, also pass auf, mein Plan ist, ich würde hier gerne ein schönes Haus bauen. Ein wirklich ein schönes Haus. Ja, wir haben den Flammenaltar ja ganz am Anfang hier gesetzt. Mir war das schon klar, dass das hier so ein Quadrat ist. Äh, was der hier so in etwa beansprucht. Ähm, ich weiß nicht genau. Ich bin ehrlich gesagt, ich probiere das jetzt einfach aus. Ich weiß nicht, was passiert, wenn wir das Ding hier, äh, tilgen. Hm, da ist noch was zu lesen. Interessant. In den Gewölben der Erbauer hallen Stimmen wieder, die durch das Miaspa zum Schweigen gebracht wurden. Doch einige Funken flackern noch in der Dunkelheit. Eine Jägerin, einst die Stärkste im Land und ein Alchemist mit dem Wissen der Zeitalter. Erwecke sie, dann werden sie dir auf deiner Reise helfen. So, okay, naja, wir haben der Quest ein bisschen vorgegriffen. Neuer Ort kartiert, ja. Äh, Quest aktualisiert. Jägerin wird zur Gejagten. Genau. Ähm, wenn ich diese Flamme hier, mächtige Alchemie, und noch was zum Lesen. Okay, cool. Der Funke des Wissens in dir wurde entfacht. Mach dich bereit, die Geheimnisse unserer Vergangenheit zu lüften. Finde die zwei Obelisken der Erbauer in den Hochweiden, um das Schicksal der Welt zu erfahren. Eine Geschichte von Fäulnis und Feuer. Nur diejenigen, die die Wahrheit suchen, werden sie auch finden. So, wieder einen neuen Ort. Okay. Neuer Ort kartiert. Jetzt müssen wir mal gucken. Da oben, Geschichte der Fäulnis. Ein ewiger Zauber. Krypta der Erbauer. Jägerin. Da sollen wir hin. Okay. Also, und da, Krypta der Erbauer, Alchemist. Ja, da waren wir ja schon. Plünderer Versteck. Und hier ist auch noch was Neues. Schreiner. Oh, Schreiner gibt's auch noch. So. Die Frage ist, was passiert, wenn ich... Sag mal, ich komm hier nicht zum... Machen. Ich muss immer lesen. Ein weiterer Überlebender ist erwacht. Der Alchemist wird sich mit seinen Tränken und Heiltrinkturen als sehr hilfreich erweisen. So. Also, die Frage ist, was passiert, ungeschützte Bereiche werden von dem Miasma verzehrt. Platziere gegen... Platzierte Gegenstände werden verloren gehen. Das ist natürlich doof. Das ist doof. Okay. Dann muss das Ding hier... Ähm... Dann muss das Ding hier stehen bleiben. Wenn ich das so richtig verstehe, dann wird meine Werkbank weg sein, mein Bett, eventuell wahrscheinlich auch die Kisten, ne, die Schmiede und sowas, wird dann alles verschwinden. Das heißt, das machen wir nicht. Was wir aber jetzt machen werden, wir werden... Ähm... Wir nehmen uns mal hier die Wände und die machen wir mal alle weg. Das macht mal... Das machen wir jetzt alles weg, das hier. Ähm... Weil... Es... Es gefällt mir einfach nicht so, wie es ist. Es gefällt mir absolut nicht. Und... auch das ganze Dachgedöhn so und so. Das ist irgendwie... Keine Ahnung. Okay, ich hab da nicht entfernt. So krieg ich... Hä? So, so. Ah, okay. Kann ich auch so machen. Warte mal. Dann machen wir das mal so. Nehmen wir uns den. Okay. Dann kann ich das Dach auch damit wegmachen. Okay. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt einen Block ausgewählt haben muss dafür. Um irgendwie was abzureißen. Aber ich habe mir halt überlegt, wir werden das hier alles ein bisschen anders bauen. Komplett anders. Wir werden das Haus insgesamt höher bauen. Und... Ähm... Und dann wird das auch einigermaßen hübsch werden. So. Die können ja hier erstmal... Achso, warte mal. Da brauche ich jetzt wahrscheinlich hier den. Ich hoffe, ich mache nicht versehentlich, äh... Irgendwie meine Schmiede reiße ich mit ab oder so. Irgendwie was jetzt hier. Das wäre doof. Auf jeden Fall genügend Baumaterial jetzt in der Tasche gleich. Mein Rechner pfeift auch schon aus dem letzten Loch. Der gibt gerade alles hier, äh. Die 4090 rödelt am Ende rum, äh. Mein lieber Mann. So. Okay. Gut. So. Dann... Müssen wir mal gerade ein bisschen ausprobieren. Wir haben ja hier diese Fundamentblöcke, ja. Nein. Doch. So. So. Wir haben hier die Fundamentblöcke. Die würde ich ganz gerne setzen. Das heißt, wir... Wir entfernen das. Oh. Das war nicht gut. Scheiße. Setzen den dafür rein. Jetzt kann ich da keinen mehr draufsetzen, oder was? Oh, ne. Jetzt habe ich da so einen Knochenblock reingesetzt. Nicht blöd, Mann. Terra. Das da war jetzt doof. Oder? Vielleicht war es doch nicht so doof. Warte mal. Kriegen wir damit einen Keller hin? Eventuell, ja. Aber... Ich glaube, für den Keller müsste man dann wirklich ausschachten. Richtig, ne? Na gut. Okay. Ist nicht so schlimm. Ich wollte die nämlich so setzen. Ich wollte die in die Höhe hier setzen. Setzen aber nicht aus Knochenblock, sondern aus Obersteinblock. Also ich mache mal gerade die Knochenblöcke. Die müssen wir mal irgendwo reinpacken. Da passen sie nicht. Machen wir sie hier rein. Machen wir sie hier rein. So. Knochenblöcke weg. Die Dachblöcke können wir mal in der Tasche lassen. Das da mit dem Loch, das war jetzt ein bisschen doof. Wenn ich da jetzt so ein Fundament reinsetze, dann kann ich aber noch eins draufsetzen. Okay, dann ist das Loch wieder zu. So. Ähm. Wo ist die Grenze? Die Grenze ist hier. Hier ist der Weg. So. Eigentlich müsste ich hier irgendwo die Haustür hin, ne? Warte mal, man kommt. Ich muss das mal gerade so peilen. Man kommt hier so runter. Dann wäre es ja geil, wenn hier irgendwie das Gebäude schon anfängt, ne? So. Nur mal angenommen, wir fangen da an mit dem Gebäude. Das war jetzt falsch. Na. Boah, er rastet doch richtig ein. So. Das war richtig. Okay. Kann ich die vielleicht von oben besser setzen? So. Noch ein bisschen Platz hätten wir ja noch, ne? So. Dann haben wir hier auf jeden Fall mal schon mal eine schöne, eine schöne Wand, ja? Davor würde ich jetzt, ähm, keine Holzblöcke, ne? Pass auf, hier kommen wir nicht drüber. Ich brauche mal Holzblöcke. Ich glaube, wir haben noch ein paar. Äh, sind die, wenn dann hier drin wahrscheinlich, ne? Hier sind noch ganz viele Holzblöcke. So. Cool. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So. Und dann nehmen wir uns mal... Wir nehmen uns mal die Wand. Aus einem Holzblock. Ne, das macht keinen Sinn. Wenn wir die jetzt da nehmen würden und hier dran setzen, ne? Bisschen Platz hätten wir ja noch, ne? So, warte mal. Dann könnten wir hier noch rüber gehen. So. Dann nehmen wir nochmal den hier. Stellen um auf Stein. Und dann nehmen wir uns hier diese und aber dann aus Stein, ne? So, jetzt müssen wir nochmal gerade gucken. Ähm. So, genau. Dann lassen wir immer zwei von den Feldern Platz. Eins, zwei, Säule. Eins, zwei, Säule. Ich meine immer, der würde den ein, zwei da reinsetzen, ne? Geht natürlich nicht auf, war ja klar. Ähm. Dann müssen wir noch da hin, was geht's dann auf? Kann man das so bauen? Sehen wir jetzt, ne? Ähm. So. Äh, aus Holz. Ja, das sieht doch ganz gut aus. So. Und dann nehmen wir nochmal den. Aus Stein. Nein, das war falsch. Moment. Aus Stein. Nein. Okay. Ja. Ja, das kann man schon machen, ne? Das kann man schon machen. So, machen wir gerade das. Und nehmen die Eins. Setzen wir hier die Fundamente noch dran. So. Okay. Hoch kommen wir da nicht. Ähm. Jetzt ist die Frage, kostet denn so ein Fundament weniger als so eine Wand? Ja, die kostet weniger, ne? Äh. Äh. Als so eine Decke, meine ich. Dann nehmen wir jetzt mal ein paar von den Decken. Wie viel haben wir denn noch? 1600. So. Dann hätten wir später hier praktisch die Haustür. Hier würde ich ganz gerne so eine Treppe hinbauen. Ähm. Aus. Machen wir die aus Stein. Oder machen wir die irgendwie aus Holz? Hm. Dann noch ein bisschen breiter. Und dann brauchen wir noch das Ding hier, ne? Setzen wir mal so. Und so. Dann haben wir hier so zwei Säulen draufstehen. Aber die können wir ja wieder wegmachen. Das ist ja das Schöne an dem Spiel hier. So. Das Bausystem ist einfach nur genial. Das Bausystem ist einfach nur genial. So, dann kann man hier so hochgehen. Und dann bräuchten wir aber noch hier irgendwie so eine Wand, ne? Ähm. Wenn wir jetzt hier die sieben nehmen. Beziehungsweise wenn wir... Sollen wir das nochmal nehmen? Und die so bauen würden? Sieht das gar nicht so schlecht aus, ne? Kann man schon mal machen, ne? Für den Anfang. So, dann hört auch der Weg wenigstens hier auf, weißt du? So, dann geht der Weg so direkt hier über. Kannst du hier hochlaufen. So, jetzt haben wir da wieder Fundamente ausgewählt. Das heißt, wir nehmen die sieben und machen dann mal hier so. So. Und so. Und... Den müssen wir ja da stehen lassen. Da kommen wir ja nicht drum rum. Setzen wir mal gerade hier so an. Jetzt komme ich hier natürlich nicht hoch. War ja klar. War ja logisch. Dann laufen wir halt außen rum, ne? So. Hier kommst du also rein. Hier, da bauen wir auch mal gerade an. Das Geile ist ja, wir können ja einfach alles wieder wegmachen, ne? Ist ja wie in Minecraft. Kannst du einfach wieder wegmachen. Ähm. Ja, 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 ja. Pass auf. Also, ich möchte gerne hier so eine Treppe runterbauen. Zu dem Flammenaltar hin, ne? Das ist der Plan. Ich glaube, die Sonne geht gerade unter, ne? Ah, da müssen wir uns gleich ins Bett legen. Ist ja nicht schlimm. So. Wie? Wir haben keine Steinblöcke mehr. Nicht jetzt. Wieso reißt der mir denn hier... Ach, wir haben hier Fundamente gesetzt. Echt jetzt? Wir hatten da Fundamente gesetzt. Oh, Kacke. Okay. Wusste ich gar nicht. Hatte ich gar nicht im Kopf. Ähm. Gar nicht mehr im Kopf. Genau. Auf dem Kopf vor allen Dingen, ne? So. Okay. Jetzt könnte man ja sagen, man macht hier aus Stein so eine Treppe, die jetzt hier zum Verrecken nicht hinpassen will, ähm, hier runter zum Flammenaltar. So. Ja, da ist er doof. Moment. Warte, 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 warte. Wir können ja auch noch sagen, wir können ja sagen, mach einrasten aus. Mist. Ein Block. Zu nah. Nah. So. Passt das? Das passt. So, und dann würde ich die noch zwei Blöcke nach links und zwei Blöcke nach rechts verbreiten. Dass die ein bisschen breiter ist. Ein Ticken breiter nur. So. Okay, pass auf. Ich hau mich gerade ins Bett. Ähm. Ich hau mich gerade ins Bett. Genau. Dass die Nacht schnell vorbei ist. So, und dann können wir weiter bauen, ne? Und dann können wir weiter bauen, ne? 8400. Ja, das geht doch. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Äh, ich überlege gerade, wenn das alles Fundamente sind. Da kriegen wir ja ohne Ende Material hier zurück. Das ist keins. Also die Blöcke mache ich mal lieber nicht weg. Ich denke, äh, nachher schwebt der Schmied oder so irgendwie. So. Ich frage mich halt gerade, wenn wir jetzt ein Fundament nehmen, ne? Und das so setzen. Und wieder entfernen. Da kriegen wir hier einen super Keller. Du kannst perfekt ausschachten. Das ist doch, das ist ja mal richtig geil. Also das ist ja wohl mal, das ist ja wohl mega. Das ist ja der Hammer, ist das ja. Ich überlege gerade, wie wir das am besten jetzt bauen. Ähm. Weil wenn man hier so runter geht. Dass man hier wieder so ein paar Stufen hat. Um da wieder, äh, hoch zu kommen. Beschwörungsstab bereit machen. So, warte mal. Wir nehmen mal, äh, Baldassar, den Alchemisten. Parken den mal gerade um. So. Ich den Block hier jetzt noch wegnehmen und den Block wegnehmen. Jetzt könnten wir zum Beispiel sagen, wir machen uns hier auf diese Höhe. So, dann kämpfst du hier runter. Und dann hier zum Flammenaltar. Hätten wir dann nochmal hier so drei Stufen. Wo es hier so hoch geht, ne? So, was in der Art würde ich halt gerne hier bauen. Okay. Ähm. Dann könnten wir ja eigentlich hier so schon mal einen Boden reinziehen. Ich weiß noch nicht so genau, wie ich das mit dem Keller machen will. Aber es ist schon mal gut zu wissen, dass das geht, ne? Ähm. So, und hier dann eine Wand. Die hier so drin steht. Moment, jetzt muss ich gerade gucken. Die Wand steht nicht vor, ne? Okay. Das heißt, die muss so. Okay. Dann nehmen wir hier das Ding. Dann können wir dann rotieren. Und dann ziehen wir das so weit vor. Würde ich sagen. Ist das richtig? Ja. Das ist richtig. So. Nochmal kurz hier ein bisschen Fußboden rein gezimmert. Da ist er schon, ne? Äh. Das heißt, wir können jetzt das noch nehmen. Können das schon mal so dran bauen. So, wir machen einfach zwei von denen so. Dann passt das doch. So. Gut. Sehr gut. Sieht doch ganz schick aus, erst mal. So, und dann käme man dann hier runter. So. So. Ich weiß noch nicht so genau, was ich hier mit dem Flammenaltar, was wir damit machen. Ach so, das Ding kriegen wir nicht weg gerade, ne? Ähm. Ja, wir müssen dann erst mal oben bauen, irgendwie, ne? Wir müssen erst oben bauen. So, und dann ist das schon mal zu. Was ist denn das hier? Ach so, das ist nur so ein... Es gibt ja auch hier so, ähm... Also eigentlich ist das ein Torsturz, ne? Türrahmen. Aber der funktioniert auch ganz gut als Mauer, als Mäuerchen, ne? Und dann brauchen wir mal gerade hier so ein paar Einzelblöcke. Ach so, der steht hier eh falsch. Wenn ich jetzt Z drücke... Nochmal Z. Ah, cool. Ähm. So. Die kann man schon mal hier dran setzen. Und dann brauchen wir hier drunter noch so ein paar Stützen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, siebzehn, achtzehn, neun... Zweiundzwanzig, eins, zwei, drei, vier. Das ist die Mitte. So. So. Kann man machen, ne? So als Mauer. Ach scheiße, der steht auch eins zu weit drin. Ah, Mist. Okay, mehr als fünfmal rückgängig geht dann doch nicht. Ah. Okay, ist ein bisschen frickelig manchmal. Ähm. Ist manchmal ein bisschen frickelig, aber es geht. So, warte, dann machen wir den nochmal weg und den nochmal weg. Es gibt ja auch noch ganz andere Sachen, die man hier so bauen kann, ne? Da gibt's ja noch einiges, was da noch, äh, freigeschaltet wird später. So. Das Bauen ist halt immer abhängig davon, wie du gerade die Kamera hast. Und manchmal stehst du halt selber davor, ne? Ja, jetzt hab ich wieder selber davor gestanden. So. Okay. Also sowas auf die Art und Weise würde ich hier auf jeden Fall gerne machen. Ähm. Wenn wir nochmal zählen. Zwo, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Eins, zwei, äh, warte, da ist die Mitte. Und da ist die Mitte, ne? So. Dann haben wir hier wieder zwei Pfosten. Dann setze ich mal da so einen drauf. Dann hätten wir... Wir haben immer Stütze. Eins, zwei, drei, vier, frei und dann der fünfte, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dann kann der weg. Müssen wir doch mal irgendwann weiterbauen, ne? Also jetzt nur erstmal... Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ist jetzt nur erstmal, dass wir mal was haben, ne? Dass man mal so einigermaßen irgendwie sieht, wo die Reise später mal hingeht. So. Okay. Jetzt könnten wir natürlich mit dem Haus... Wenn man hier reinkommt... ...hier noch draufbauen. Wird halt eine Riesenbude, ne? Und vor allen Dingen brauchen wir irgendwo auch dann mal Wände, ne? Oder wir machen hier nur so einen Innenhof mit dem Flammenaltar. Und machen das eigentliche Haus hier hinten hin. Weil ich meine, guck mal hier. Wir können noch bis hier hin bauen. Dass wir für den Flammenaltar praktisch so einen Innenhof machen. Wo wir sonst erstmal nichts machen. Dass wir erstmal einmal um das Ding hier drumherum bauen, ne? Frage mich, ob wir dieses Terrain hier wieder irgendwie aufgefüllt kriegen. Es gibt doch Terrain bearbeiten, ne? Warte mal. Hier, Terrain. Ach, dann brauchen wir aber... ...sammeln mit der Spitzhacken Materialien für Terrain-Entwürfe. Hatte ich nicht so komische Terrain-Wegblöcke? Hier. Erdwegblock. Terrain-Material. Ist es das Zeug? Ja, das ist der. Tatsache. Geht nur extrem schnell drauf, das Zeug. Stein. Ach, wir können noch aus Stein. Okay, das heißt, wir müssten uns erst Material besorgen. Denn dann können wir die Löcher sogar wieder zumachen, wenn wir das wölten. Ja? Muss man ja erstmal nicht machen. Aber ich würde sagen, wir bauen hier so drumherum um den Flammenaltar. So als Vorhof, ja? Und... Ja, oder wir machen... Oder wir machen doch die Mauer weg. Und machen Wände hier hin. Hm. Hm, 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 hm. Ich glaube, man hat fast zu viele Möglichkeiten in dem Spiel hier, ne? Ich weiß, ehrlich gesagt... Mir gehen so viele Ideen durch den Kopf durch, dass ich mich in meinen eigenen Ideen verliere und gar nicht weiß, wie ich bauen will. Ich glaube, ich mache so einen Innenhof. Das sieht eigentlich schon relativ cool aus. Dass man hier so eine Treppe hat. Dann machen wir dasselbe mit der Treppe nochmal hier. Was man hier so runter geht. Von allen vier Seiten praktisch. Und da hinten bauen wir dann die Häuser hin. Und hier vorne ist alles nur so Verzierung. Ich meine... Ich muss mir hier keine hohe Burg bauen. Wie so ein Turm da hinten, ne? Ist... Also, wozu? Also... Ich wurde hier noch nicht angegriffen, ne? Ich meine, kann ja noch kommen irgendwann. Aber bisher gibt es keinen Grund dafür, ne? Naja, gut. Okay. Dann würde ich sagen, nächste Folge basteln wir ein bisschen weiter. Achso, ich muss mal gerade gucken. Hier im Inventar. Wir haben hier 5000... ...Steinblöcke. Und hier nochmal 2000. Also wir haben noch Steinblöcke. Wir können noch ein bisschen Gas geben. in der nächsten Folge. Da basteln wir dann hier noch so ein bisschen weiter. Und... Ja. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir hören uns in der nächsten Folge nochmal wieder. Macht's gut. Bis denn. Tschüss.